servus meine lieben hüterinnen und hüter da draußen im rahmen des bungee day hat bungee für die gesamte community ein kleines geschenk und zwar das abzeichen scharfe nudelsuppe loggt euch einfach bei bungee.net ein geht auf codes einlösen und ballert diesen code in die zeile löst diesen ein und wechselt auf den reiter einlösungsverlauf dort bestätigt ihr das ganze einmal und beim nächsten einloggen im destiny 2 universum findet ihr euer scharfe nudelsuppe abzeichen in eurer sammlung wo ihr ihn euch einfach locker ziehen könnt den link zur bungee code einlöse seite sowie den code selber findet ihr in der video beschreibung nochmal für locker leichtes copy and paste jetzt wünsche ich euch allen nun viel spaß beim einlösen und natürlich auch viel freude mit dem emblem jetzt heißt es für mich wieder einmal ausklinken allen hüterinnen und hüter da draußen wünsche ich natürlich weiterhin frohes farmen sowie guten loot bis in bälde euer anima bis zum nächsten Mal